Also ich wollte nochmal einmal nachfragen, es geht ja auch dabei um den Ton, wie es formuliert wurde. Und da war ja Ihr Oberbürgermeisterkandidat überhaupt nicht mit einverstanden. Verstehen Sie das und fanden Sie es richtig, dass er den Ministerpräsidenten darauf hingewiesen hat, dass der Ton nicht der richtige ist in dieser Frage? Also zunächst einmal verstehe ich Seppi Schmidt.